Mit Acrylfarben kann man so unheimlich realistisch wirkende Bilder malen. Heute in diesem Video möchte ich dir wieder eine Anleitung mit auf den Weg geben. Und zwar möchte ich dir zeigen, wie man diesen Mund bzw. diese prallen Lippen mit Acrylfarbe malen kann. Noch eines vorab. Diese Videos, die ich hier immer wieder präsentiere, sind wirklich viel Arbeit. Wenn du meine Arbeit unterstützen möchtest, dann abonniere doch gleich den Kanal, um keine neuen Videos zu verpassen. Oder lass mir einen Like da. Du bekommst hier immer wieder nützliche Tipps rund um das Malen mit Acryl und darüber hinaus. Jetzt aber geht's los mit dieser Anleitung und du erfährst, wie du diesen Mund mit Acrylfarbe malen kannst. Als erstes bemale ich die Lippen mit einem kräftigen Rot. Das ist die Grundfarbe für die weiteren Schichten. Der Katzenzungenpinsel ist hierfür ideal, um an den geschwungenen Konturen entlang zu malen. Mit einem dunklen, lassierenden Violett hebe ich nun die dunklen Bereiche auf der Innenseite der Lippen hervor. Auch die charakteristischen Fältchen werden damit vorgemalt. Damit auch du transparente Acrylfarben bekommst, mische sie einfach mit Acrylbindemittel. Mit einem Schwarz werden nun die dunklesten Bereiche des Mundes gemalt. Auch die tieferen Falten der Lippen werden mit dunkler Farbe noch etwas nachgezogen. Jetzt kommen wir zu den Zähnen. Auch diese bekommen eine Grundfärbung. Hierfür verwende ich ein helles Graublau. Wenn dann die Zähne vorgemalt sind, male ich auch noch das Zahnfleisch mit einem dunklen Rosa vor. Dann wird der im Hintergrund liegende Zahn etwas abgedunkelt. Auch die Zahnzwischenräume werden etwas hervorgehoben. Und mit diesem hellen Blau werden die Zähne weiter abgestuft. Die scharfe Kante der äusseren Kontur wird nun etwas aufgelockert. Nun wird mit einem dunklen Rosa das Rot der Lippen weiter abgestuft. Hier spiegeln sich die hellen Zähne an den Lippen. Jetzt kommen wir zu den Glanzlichtern. Mit einem hellen Rosa werden diese hellsten Bereiche aufgetupft und aufgemalt. Die Glanzlichter sind es, welche dem Gemälde letztendlich ein realistisches und plastisches Aussehen verleihen. Zuerst bearbeite ich damit die Oberlippe, dann die Unterlippe. Wenn auch du in der realistischen Acrylmalerei voll durchstarten möchtest, dann schau dir bitte in der Beschreibung meinen Masterkurs an. Das ist ein Online-Kurs, der dir zeigt, wie du im Handumdrehen beeindruckende Gemälde erschaffen wirst. Schritt für Schritt werden die einzelnen Glanzlichter herausgearbeitet und die Malerei bekommt eine immer plastischere Wirkung. Auch das Zahnfleisch wird zu den Zähnen hin etwas aufgehellt. Danach hebe ich mit einem sehr hellen Blau die allerhellsten Glanzlichter hervor. Dadurch wird der Glanz der Lippen noch weiter verstärkt. Damit die Zähne nicht mehr so matt wirken, werden jetzt auch hier die Glanzlichter herausgearbeitet. Auch hierfür verwende ich dieses sehr helle Blau. Auch die Unterseite der Zähne wird ein klein wenig aufgehellt. Zum Schluss kommen noch die letzten Details. Hier werden noch feine Schatten gemalt, um den Kontrast ein klein wenig zu erhöhen. Und jetzt? Jetzt ist er fertig, dieser Mund. Solche realistischen Gemälde kann man mit Acrylfarben Schritt für Schritt aufbauen. Genaueres zu dieser Technik habe ich in diesem Video schon mal erklärt. Also, wenn dich das interessiert, dann schau dir dieses Video an. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ciao, bis zum nächsten Mal.